Von außen total unscheinbar, aber im Inneren Hightech pur. Das ist die Swisscam Ordnercam. Die Ordnercam ist eine exzellente Spionage- und Überwachungskamera, da sie als gewöhnlicher Ordner getarnt ist und neueste Spionagetechnik im Inneren verbaut hat. Ordner gehören zum normalen Erscheinungsbild einer jeden Wohnung, eines jeden Büros und sogar unterwegs tragen viele, egal ob Schüler oder Geschäftsmann, Ordner bei sich. Dadurch kann die Ordnercam für nahezu jeden erdenklichen Überwachungszweck verwendet werden. Die Technik im Inneren der Ordnercam ist so gut getarnt, dass sie den Ordner offen vor anderen Personen verwenden können, ohne dass diese Verdacht schöpfen. Technisch bietet Ihnen die Ordnercam eine volle Profi-Ausstattung. In der Spycam ist eine hochauflösende 720p HD-Kamera verbaut, welche mit 30 Bildern pro Sekunde brillante Videoaufnahmen erstellt. Des Weiteren ist ein Hochleistungsmikrofon verbaut, welches es ermöglicht, Gespräche selbst in einer Entfernung von 8 bis 10 Metern problemlos mitverfolgen zu können. Die Ordnercam verfügt außerdem über eine Nachtsichtfunktion mittels Infrarot-LED, welche scharfe Aufnahmen selbst bei kompletter Dunkelheit ermöglicht. Aufnahmen kann die Ordnercam vollautomatisch durch einen präzisen PIR-Bewegungsmelder von allein starten. Die Ordnercam eignet sich dank Ihres Hochleistungsakkus hervorragend für Langzeitaufnahmen, denn der Akku verfügt über 10.000 mAh und ermöglicht dadurch eine Laufzeit von sage und schreibe 24 Monaten. Ein Aufladen ist also nur alle paar Monate nötig. Die Ordnercam ist nach wenigen Handgriffen einsatzbereit. Laden Sie einfach Ihren Akku auf und setzen Sie eine bis zu 64 GB große SD-Karte ein, auf welcher die Aufnahmen der Ordnercam gespeichert werden. Nun muss die Ordnercam nur noch an dem zu überwachenden Ort positioniert werden und schon kann die Überwachung starten. Durch den großen Weitwinkel des verbauten Objektives können problemlos ganze Räume aufgezeichnet und überwacht werden. Die Aufnahmen der Ordnercam lassen sich ganz einfach betrachten, indem Sie die SD-Karte mit einem Computer verbinden. Um die Aufnahmen besser zuordnen zu können, lässt sich auch ein Zeit- und Datumstempel aktivieren. Die Ordnercam hat neueste Technik verbaut. Liefert dadurch gestochen scharfe Aufnahmen bei Tag und bei Nacht. Und das kombiniert mit einer optimalen Tarnung als Ordner sowie einem Hochleistungsakku, der Aufnahmen über Monate hinweg ermöglicht. Entspannter und angenehmer kann man nicht überwachen. Einfach den Ordner ins Regal stellen und über Monate stehen lassen. Bei Bewegung startet die Aufzeichnung. Nachtsicht mit professioneller IRL-LED Die Swisscam Ordnercam. Eine Spycam, wie es sein soll.